Oh no, oh no, oh no. Hey, klasse. Jawoll, lass jetzt. Oh, wow. Oh, schade. Schön gemacht, Jungs. Oh no, oh no, oh no. Jetzt. Jetzt. Wow, schade. Das war klasse gemacht, aber er hätte vielleicht noch mal abgeben müssen. Oh, Adri dazwischen. Klasse gerettet. Ibo, Ibo. Jetzt. Ah, der Pass war nicht gut. Oh, klasse, Oh no. Oh no, in den Raum gespielt, aber... Ibo. Komm, Ibo, gegen. Jawoll. Jetzt, Lars. Treiben. Ja, herrlich. Kein Abfreiz. Eckball. Lars steht in Eckball. Jetzt. Adra. Schade, gut. Oh no. Jawoll. Auf David. Schön, David. Klasse gemacht. Jawoll, jetzt. Olli, Olli, hat alle Zeit jetzt. Ah, Außenpfosten. So ein Pech. So ein Pech. Schade. Schöner Angriff. Oh, das gibt's doch, Nette. 3-0. Das war die 15. Spielmüll, kurz vor Wechsel. Das war natürlich jetzt übel. Oh, Kui. Ganz im Körpereinsatz hier. Ja, schöner Pass auf David. Schön, David. Hast du noch? Klasse erkämpft. Schade. Jetzt rutscht er dann doch uns aus. Gut gemacht. Lars. David. Lars. Jetzt, Lars. Komm. Ah. Rückpass, oder? Ich denke, das gibt's nicht. Na ja. Oh, jetzt aus dem Adler. Olli, äh, Robert. Klasse. Ja, das ist gut. Die 8. Jetzt vielleicht sogar mal Ivo. Ach, ich war Lars. Ah, er kennt keinen Druck aufbauen hier. Ja, Ivo doch mal. Ah, das Nädel hier. Schaut euch das ein. Ein herrlicher Pass auf die 6. Ei, 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 ihr Pfosten. Glück gehabt. Das war die Chance zum 6-0. Da ist der Kellchen uns vorübergegangen. Ich denke, die Dien die Zufa kommt bis zum 6-0. Da ist nicht, der sagt das Lauf, da ist der FDP. Da drin ist der Helden, der anh persecuted. Abschuldigung, das R dialBO ik published.